Ciao! In diesem Video geht es um etwas typisches Italienisches. Heute geht es um ein Ritual der italienischen Kultur. Bere un Caffè al Bar, ein Espresso in der Bar trinken. Weißt du, dass wenn du einen Espresso in Italien in einer Bar trinkst, vieles falsch machen kannst und dabei einen schlechten Eindruck in deiner Person hinterlassen kannst? Wenn dir bestimmte kulturelle Unterschiede nicht bekannt sind, kannst du leider wirklich einen schlechten Eindruck hinterlassen. Also, ATTENTIONE! Aufpassen! Nach diesem Video wirst du auch die große Auswahl an Espresso kennen. Es gibt in der Tat Espresso, Lungo, Ristretto, Corretto, Macchiato, Decaffeinato und vieles mehr. Und wie trinken wir unseren Espresso? Im Sitzen, im Stehen oder beim Gehen? Und auch ein wichtiger Punkt, wer bezahlt und wie viel? Wie viel? Ja, unglaublich aber wahr, der Preis von Espresso kann innerhalb der gleichen Bar variieren. Und noch eine Frage, weißt du, ob man zu dem Espresso auch etwas isst? Alle diese Fragen werden wir im heutigen Video beantworten. Und nicht nur das. Da es in meinen Videos hauptsächlich um Italienisch lernen geht, werden wir uns selbstverständlich auch mit den Ausdrücken beschäftigen, die du von dem oder von der Barista hören könntest. Und selbstverständlich wirst du auch alle Vokabeln und Sätze lernen, womit du bestellen und bezahlen kannst. Sei pronta? Sei pronto? Siete pronti? Cominciamo! Auf meinem Kanal scheint, sehen wir die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana Alcamo. Buongiorno a tutti da Tiziana L'Italiana. Wie du vielleicht aus einem anderen Video von mir weißt, wenn wir in Italien Kaffee sagen, also mit dem Akzent auf dem letzten Buchstaben, meinen wir Espresso. Dabei muss man sagen, dass wenn ein Kellner einen ausländischen Kunden bedient, dass er ja vielleicht weiß, dass man außerhalb Italien mit dem Wort Kaffee oder Kaffee etwas anderes meint, kann er nach einer Bestätigung fragen und sagen, Kaffee Espresso, vero, also sie meinen Espresso, oder? Aber wenn ich als Italiener in einer Bar bin und einfach un Kaffee bestelle, dann ist es selbstverständlich, dass ich Espresso meine. Wie kann also mein Espresso sein? Wenn ich einfach sage, un Kaffee, dann bekomme ich so ein Tässchen. Also nicht wirklich genau so, so ein Tässchen mit Herzchen bekomme ich nur, falls il Barista oder la Barista mir etwas mitteilen möchte. Ansonsten, ja, also die mit Herzchen sind nicht so verbreitet. Auf jeden Fall lasse ich die Größe, manchmal sind die Tässchen sogar ein bisschen kleiner. Bei Kaffee, also normaler Espresso, bekommt man ein Tässchen, das bis zur Hälfte voll ist. Bestellt man ein Kaffee Restretto, dann ist das Tässchen nur bis zu einem dritten voll. Dieser Espresso ist stärker, weil die Menge an Kaffee die gleiche ist, nur es ist in weniger Wasser verdünnt. Das sozusagen Gegenteil von Kaffee Restretto ist ein Kaffee Lungo. Ein Kaffee Lungo wird, trotz Name, auch in einem Tässchen serviert. Ist auch ein Espresso. Und in diesem Fall ist das Tässchen bis zur Hälfte voll. Und genau anders als bei Kaffee Restretto, ein Kaffee Lungo ist leichter, weil bei der gleichen Menge an Kaffeepulver haben wir mehr Wasser, also es ist verdünnter. Kaffee Restretto, Kaffee Lungo, dann haben wir Kaffee Macchiato. Kaffee Macchiato ist ein Espresso mit einem kleinen Schuss geschäumter Milch. Milch, die in der Regel warm ist. Möchtest du ein Kaffee Macchiato mit kalter Milch bekommen, dann kannst du sagen, vorrei un Macchiato Freddo. Ansonsten, es ist selbstverständlich, dass die Milch warm und geschäumt ist. Apropos zu der Aussprache von dem Wort Macchiato, habe ich auch ein Video gemacht. Du brauchst nur einen Klick hier oben. Und interessant ist, dass wörtlich übersetzt Macchiato bedeutet gefleckt. La macchia ist ein Fleck. Macchiar heißt Flecken. Genau wegen dieses Schuss von geschäumter Milch. Was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel Café decaffeinato, also koffeinfrei. Also vorrei un decaffeinato, kann ich sagen. Oder ich kann auch nur die Abkürzung benutzen und sagen. Vorrei un deca. Wir haben noch Café d'Orso. Café d'Orso ist ein Getreidekaffee. Dabei ist es wahrscheinlich, dass il barista, wenn es ein Mann ist oder la barista, wenn es eine Frau ist, fragt tazza grande o tazza piccola. Manchmal wird Getreidekaffee in ein Tässchen serviert, also weniger Pulver und weniger Wasser. Oder in einer größeren Tasse mehr Pulver und mehr Wasser. Es gibt Menschen zum Beispiel, die dürfen kein Espresso aus gesundheitlichen Gründen trinken. Und trinken also einen Getreidekaffee in einem Tässchen, damit die trotzdem das Espresso-Gefühl haben. Dann gibt es noch Espresso Correto, also Café Correto, sagen wir dazu. Also, so ein Espresso, ein Espresso bestellt man nicht morgens. Einige Leute doch. Also, sagen wir mal, es ist nicht schick, ein Café Correto in der Bar zu bestellen. Es ist eine ganz andere Situation, wenn ihr in einem Restaurant seid und nach einem üppigen Essen ein Café Correto bestellt. Dann ist es okay. Aber in einer Bar würde ich es lassen. Das ist keine Sache für Ladies oder Gentlemen. Okay? Fantastico. Aber das ist nicht die Situation, worauf ich mich bezogen hatte, als ich gesagt habe, du kannst einen schlechten Eindruck hinterlassen. Es ist viel, viel schlimmer, was ich meine. Das kommt später. Bene. Jetzt, wo du alle unterschiedlichen Optionen kennst, lass uns sehen, wie wir in Italien unseren Espresso trinken. Und zwar, meistens trinken wir unseren Espresso im Stehen an der Theke, an Banco. Und das machen wir auch, wenn wir wenige Minuten dafür haben. Ich kann zum Beispiel auch alleine sein in Mailand und auf dem Weg zu meinem nächsten Termin halte ich kurz in einer Bar an. So ein paar Minütchen. Ich bestelle einen Kaffee und ich trinke das und dann mache ich einfach weiter. Oder absolut typisch ist, ich laufe durch die Straße und als Zufall treffe ich eine Freundin, die ich seit einiger Zeit nicht gesehen habe. Ah, ciao, come stai? Wir fangen an, uns zu unterhalten. Und dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass eine von den zwei sagt, prendiamo un Kaffee. Also trinken wir einen Espresso. Und die Antwort ist meistens, volontieri, gerne. Und zack, stehen wir schon an der Theke in einer Bar. Bei uns gibt es sowieso an jeder Ecke eine Bar. Es ist kein Problem, eine Bar innerhalb von wenigen Minuten zu finden. Nehmen wir also an, ich stehe an der Theke, wie gesagt, al Banco mit einer Freundin und unterhalte mich mit ihr. Wie kann uns il Barista, wenn das ein Mann ist, oder la Barista, wenn das eine Frau ist, ansprechen? Manchmal reicht es einfach, dass il Barista oder la Barista sagt, buongiorno, mit einem Lächeln. Oder es ist schon klar, dass wir bestellen dürfen. Andere Sätze, die man hören kann, sind zum Beispiel, wenn man alleine ist, mi dica, sagen sie mir. Oder mit mehreren Personen, wenn ich da mit einer Freundin zum Beispiel lehne, dann dite mi, sagen sie mir in Plural. Oder sonst noch, cosa gradisce, also was möchten sie? Oder cosa gradite, also cosa gradisce ist singular, also wenn nur eine Person eingesprochen wird. Cosa gradite ist plural. Oder noch cosa prende, was nehmen sie? Oder cosa prendete, wieder cosa prende, singular, cosa prendete ist plural. Um deinen Espresso zu bestellen, kannst du einfach sagen, un café, per favore. Ich bestelle für mich und für meine Freundin, dann sage ich, nachdem ich sie gefragt habe, cosa prendi, was nimmst du? Nehmen wir an, sie nimmt auch einen Espresso, dann sage ich, due café, per favore. Es ist nicht unhöflich, kein Verb zu benutzen, einfach nur café zu sagen. Wichtig ist, dass man danach sagt, per favore, oder per piacere, oder noch per cortesia. Alle drei Ausdrücke bedeuten bitte, also un café per favore, un café per piacere, un café per cortesia, oder eben due café. Und noch, was isst man zu einem Café, zu einem Espresso? In der Regel, ein croissant, und dafür benutzen wir das französische Wort, croissant, il croissant, oder la brioche, auch ein französisches Wort, also beide Vokabel sind sehr verbreitet in Italien. Il croissant, la brioche, croissant männlich, brioche weiblich, oder das echte italienische Wort dafür ist, il cornetto, das Hörnchen. Also, wieder kann ich sagen, vorrei, ich möchte, un cornetto, oder un croissant, oder una brioche, oppure prendo, ok? Quindi, wenn ich bestellen will, dann kann ich sagen, vorrei, ich möchte, oder für beide, vorremmo, wir möchten, prendo, ich nehme, oder prendiamo, wir nehmen. Ja, auch wenn es um cornetto geht, gibt es wieder die Qual der Wahl. Es gibt il cornetto alla marmelata, mit Marmelade, il cornetto alla ciocolata, manchmal mit Nutella, gefüllt, oder noch il cornetto alla crema, so mit einem festen, gelben Tortencreme. Sehr lecker, das musst du einfach probieren, das kann ich nicht in Wörter beschreiben. Dann gibt es noch cornetto con la ricotta. La ricotta, il cioccolato, und viel, viel, viel mehr. Falls du merkst, ich möchte lieber auf ein paar Kalorien verzichten, dann kannst du una brioche, oder un cornetto, vuoto. Also, brioche, vuota, weil brioche weiblich ist, oder cornetto, vuoto, croissant, vuoto. Also, vuoto, oder vuota, bedeutet, dass keine Füllung drinnen ist. Bene. Manchmal stehen die Croissons einfach in einer Vitrine, und man kann sich bedienen, oder manchmal muss man danach fragen. Also, entweder bestelle ich das, vor ein Corso, oder ich gehe zur Vitrine, und bei Unsicherheiten kann ich fragen, posso prendere un Croissant, darf ich, posso prendere, darf ich ein Croissant nehmen? Fantastico. Ich hätte das nicht machen sollen, die Croissant so im Detail zu beschreiben. Ich meine damit, dass ich jetzt ein bisschen Appetit bekommen habe, aber continuiamo. Ein anderer Punkt ist, wie geht das mit dem Bezahlen? Bezahlt man vor oder nach dem Verzehren? Verzehren, das ist unterschiedlich. In der Regel, wenn eine Bar ziemlich groß ist, und sehr viele Kunden da sind, muss man erstmal zur Kasse gehen, weil man braucht das Kassenbonne. Los Contrino, Kassenbonne. Manchmal ist es genau umgekehrt. Man bestellt an der Theke, man bekommt den Kaffee, trinkt den Kaffee, und dann geht man bezahlen. Wenn ich zur Kasse gehe, dann sage ich einfach, due café, per favore. Dann weiß ich, wie viel ich bezahlen muss, und kann mit meinem Contrino zur Theke gehen. Das gleiche mache ich, wenn ich meinen Kaffee schon getrunken habe. Ich gehe zur Kasse und sage, due café, zum Beispiel. Oder ich kann auch sagen, pago due café. Aber einfach zu erwähnen, was man bestellt hat, also simplify your life, due café, due brios, ist schon klar. Ich kann auch fragen, quante, wie viel macht das? Aber das ist auch selbstverständlich. Ich glaube, die Person an der Kasse denkt, dass ich nicht einfach erzählen will, was ich getrunken habe, einfach so als Spaß, sondern weil ich bezahlen will. Daher ist es klar. Also es reicht, wenn du sagst, un café e un cappuccino, und dann bezahlst du. Wenn du in einer Bar bist, und ein bisschen unsicher bist, oder einfach die Gelegenheit haben willst, ein bisschen Italienisch zu üben, dann kannst du zur Theke gehen und sagen, serve los Contrino, braucht man den Bonn. Oder devo fare prima los Contrino, muss ich erstmal den Bonn bekommen. Wenn, dann kannst du ein bisschen üben. Ich habe manchmal in Deutschland, als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, nach dem Weg gefragt, auch wenn ich den Weg kannte, weil ich einfach üben wollte. Also, vielleicht kannst du das auch machen. Ich könnte eine Idee sein. Fantastico. Jetzt geht es weiter um den Bezahlen, aber im Sinne von, wer bezahlt. Und das ist sehr wichtig. Das ist der Punkt, worauf ich mich vorher bezogen hatte. Hier gibt es wirklich kulturelle Unterschiede. Und zwar, wenn ich mit einer Freundin, oder auch mit zwei Freundinnen, Kaffee getrunken habe, also Espresso getrunken habe, und vielleicht auch ein Croissant gegessen habe, in der Regel, nur eine von uns bezahlt für alle. Wenn ich zum Beispiel meine Freundin einladen möchte, dann sage ich, offro io. Also, ich leite dich ein. Oder, ci penso io. Ich mache es. Ich bezahle. Wenn du eingeladen worden bist, dann kannst du zum Beispiel sagen, grazie, selbstverständlich. Und dann kannst du sagen, la prossima volta offro io. Nächstes Mal leite ich dich ein. Oder, la prossima volta tocca a me. Tocca a me heißt, ich bin dran. Nächstes Mal bin ich dran. La prossima volta tocca a me. Dieser Punkt ist sehr wichtig, weil kein Mensch würde in Italien nur den eigenen Espresso und das eigene Hörtchen bezahlen. Das ist schon ein kultureller Unterschied. Das ist vielleicht, klingt so wie ein kleiner Unterschied, aber es ist irgendwie schon bedeutsam. Man wirkt so pingelig und sogar geizig. Das klingt so wie, es ist für dich so besser, also lieber sparsst du ein paar Euro, anstatt eine nette Geste zu machen. Also, das kommt wirklich schlecht an. Also, pass dabei auf. Dazu kannst du bedenken, ein Espresso kostet, okay, die Preise sind unterschiedlich im Norden oder im Süden Italien, aber im Durchschnitt kostet ein Espresso ein Euro und du kannst sowieso damit rechnen, dass du nächstes Mal eingeladen bist. Also, du hast kein Geld verloren. Das ist wirklich ein, das ist wirklich wichtig, ne, zu berücksichtigen. Benissimo. Was ich auch erwähnt hatte, ist der Preis von Espresso kann innerhalb der gleichen Bar variieren. Wie kommt das denn? Wenn du anstatt an der Theke, al banco, al tavolo, am Tisch, einen Espresso trinkst, dann ist der Preis oft höher. Ja, vor allem, wenn du in einem touristischen Ort bist oder in einer Bar so mit Terrasse und Tische draußen auf einem schönen Platz. Die gute Nachricht dabei ist, du brauchst kein Prenngeld zu hinterlassen, weil das schon in dem Preis enthalten ist. Ich mache mir ein bisschen Sorge. Also, welche sind die Hauptunterschiede zwischen Italien und Deutschland, wo es um Kaffee trinken geht? Also, wir trinken in der Regel Espresso und wir nehmen das Kaffee. Wir trinken das meistens im Stehen an der Theke, auch wenn wir nur 5 oder 10 Minuten haben. Wir brauchen uns nicht unbedingt zu verabreden. Und das ist für uns ein soziales Ereignis. Das heißt, es ist eine Gelegenheit für uns zusammen zu sein und uns zu unterhalten. Wir sprechen so gerne, wir sind so gerne mit den anderen Menschen, wir Italiener. Und daher trinken wir oft Espresso. Also, die Szene, die ich beschrieben habe, ich treffe eine Freundin und so, dann kann ich 2 Stunden später einen Kollegen treffen, dann wieder in die Bar gehen und zack, wieder in der Theke sein. Also, wir trinken wirklich Kaffee mehrmals am Tag. Also, man könnte denken, wir sind so temperamentvoll von Natur her. Doch nicht, wir sind einfach von Espresso gedopt. Okay, das war ein Witz. Was noch? Manchmal nehmen wir uns auch Zeit und trinken wir unseren Espresso an Al Tavolo, also am Tisch. Dafür ist es aber teurer. Und Coffee to go ist in Italien nicht so verbreitet. Genau, weil keiner will einen Kaffee alleine trinken. Es geht darum, zusammen zu sein. Und der Preis im Durchschnitt 1 Euro. Und man wird eingeladen oder man lädt die anderen ein. Aber man bezahlt nicht nur für sich. Fantastico? Drin! Ah, fantastico! Sicuramente, e lei? Solo ein Moment. Pronto? Ciao, Mama! Sì, bene, bene, bene. Tu? Sì, sei nervosa. E come mai sei nervosa? Perché? Hai già bevuto 5 Kaffee. Mama, hai 80 anni e sono le 10 di mattina. Meine Mama fühlt sich ein bisschen nervös. Sie hat schon 5 Kaffee getrunken. Es ist erst 10 Uhr und sie ist 80. Sì, sì, un secondo. Mama, con chi hai bevuto 5 Kaffee? Con la signora Rina, Lina, Tina, Gina. Ah, sì, 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 ho capito. Va bene, ok. Solo un attimo. Noi ci vediamo la settimana prossima. Un secondo? Sì? Ok. Meine Mama sagt, falls dir meine Videos gefallen, du solltest meinen Kanal abonieren und weiter erzählen, dass es meinen Kanal gibt, so zum Beispiel meine Videos teilen. Sì, sì, l'ho detto, Mama, l'ho detto. Ich habe es gesagt. Sì, l'ho detto adesso. L'ho appena detto. Ich habe es gesagt. Va bene. Ci vediamo la settimana prossima, ok? Ciao, ciao, ciao. Mama, basta caffè oggi, basta. Dao!